Berg und Naturliebaba, grüß Enkel. Ja Bergwechsel ist wieder einmal unterwegs mit Enkel und ihr kennt es vielleicht schon einen da im Hintergrund wo noch das ausschaut und die eine die ich hier überwinden müssen das habe ich auch geschafft und jetzt wenn man da so schaut da geht es hübsch auf wenn man sieht es nicht so gut aber da ist ein richtig hübscher Turm und da gibt es noch ein zweites Tier dazu und ob ich durch die Tier vom Turm auch herkomme, das seht ihr im kommenden Video zu einer Burgruine. Macht es alles gut! Führt euch! Juhu!